Bhagavad Gita, Vers 2.27 Einem, der geboren wurde, ist der Tod sicher, und einem, der gestorben ist, ist die Geburt gewiss. Deshalb solltest du bei der unvermeidlichen Erfüllung deiner Pflicht nicht klagen. Erklärung Die Aktivitäten des vorangegangenen Lebens bestimmen die nächste Geburt. Nachdem man einen Kreis von Lebensaktivitäten beendet hat, muss man sterben, um für den nächsten geboren zu werden. Auf diese Weise dreht sich das Rad von Geburt und Tod, ohne dass man sich davon befreien kann. Dieser Kreislauf von Geburt und Tod rechtfertigt jedoch nicht unnötiges Morden, Schlachten oder Krieg. Aber dennoch sind Gewalt und Krieg in der menschlichen Gesellschaft unvermeidliche Faktoren, um Gesetz und Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Schlacht von Kurukshetra war ein unvermeidliches Ereignis, denn sie war der Wille des Höchsten und es ist die Pflicht des Kshatriya, für die rechte Sache zu kämpfen. Warum sollte Arjuna den Tod seiner Verwandten fürchten oder darüber bekümmert sein, wenn er doch nur seine Pflichten erfüllte? Es passte nicht zu ihm, das Gesetz zu brechen und dadurch den Reaktionen sündiger Handlungen unterworfen zu werden, die er so sehr fürchtete. Auch wenn er seine Pflicht nicht erfüllte, könnte er den Tod seiner Verwandten nicht verhindern und da er falsch gehandelt hätte, würde er sein Ansehen verlieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017